Wenn man die Eventim-Aktie kaufen, die aktuellen News zu Eventim sind eher positiv. Das Event-Unternehmen erholt sich anscheinend, aber die Corona-Pandemie hat das Unternehmen natürlich extrem hart getroffen. Das sehen wir natürlich auch im Aktienkurs oder not. Das ist halt das Komische daran. Es gibt ja seit fast gefühlt zwei Jahren keine Konzerte mehr oder Events und Veranstaltungen, wofür Eventim natürlich bekannt ist. Nichtsdestotrotz ist der Aktienkurs so hoch, als wäre es ungefähr vor Corona. Das ist nicht der Fall. Sobald es irgendwelche negativen Nachrichten zu Eventim geben sollte, dass die Kurszahlen noch katastrophal sind, obwohl es eigentlich schon besser sein sollte, wird die Aktie wieder fallen. Deswegen ist sie gnadenlos überbewertet.